Wir sind jetzt hier im Turmquartier angekommen mit wirklich einem atemberaubenden Pamoranerblick über Pforzheim. Sie haben eben schon erzählt, Sie haben zwölf unterschiedliche Räume, die für Veranstaltungen genutzt werden können. Was haben Sie denn noch so für Besonderheiten hier im Haus? Ja, erst mal herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns hier in Pforzheim sind, in der Sparkasse Pforzheim-Kalv unter dem Dach der Marke Turmquartier. Vielleicht ein paar Highlights unserer zwei Veranstaltungsräume. Zum einen sind sie alle dicht durchflutet, barrierefrei zugänglich und sind im Großen und Ganzen mit der neuesten Medientechnik Schwerpunkt LED-Walls zum Beispiel ausgestattet. Dann haben wir weiterhin unseren Panoramasaal, mit dem wir uns hier gerade befinden, mit einer atemberaubenden Aussicht, der optimal ist für Kick-Off-Veranstaltungen, für Vortragsevents, aber natürlich auch für Kundenveranstaltungen, für hochwertige und repräsentative. Und ein weiteres Highlight ist sicherlich unsere Sky-Lounge im 16. Stock, die wir uns gleich anschauen gehen, die einen wunderschönen Ausblick über Pforzheim und die Region anbietet. Das alles macht unsere Location hier in Pforzheim so einzigartig und deshalb freuen wir uns auf Ihren Besuch. Ja, wie vorhin schon erwähnt, befinden wir uns jetzt in der Dauerausstellung Goldgeldgesellschaft. Diese wurde 2017 anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der Goldstadt Pforzheim eröffnet. Hier finden wir neben dem Bambi von Fuchsgarden, die aus Pforzheim stammen, weitere zahlreiche Highlights, unter anderem auch kulinarische Köstlichkeiten der Goldstadt Pforzheim. Genau, und die werden wir jetzt noch genießen. Vielen Dank, dass wir bei euch sein durften. Schön, dass ihr da gewesen seid. Vielen Dank.